Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Star Wars Battlefront 2. Wir sind halt zu unserem ersten Video hiervon. Wir hatten gerade schon eine Einspielrunde, die ist gut. Jetzt wissen wir ja alle, wenn man aufnimmt, läuft es richtig kacke. Also gut liegt die Runde eben nicht. Wir haben die komplett vernichtet. In der letzten Runde haben die uns keine Schadenfunktion gemacht. So, ich habe jetzt mal die Runde nicht Lando genommen. Dann können wir in der nächsten Runde Lando Luke spielen. Okay. Dann gucken wir mal meine Heimat hier, ne? Du knackst dran bisschen. Ja. Also da fängt es schon an, ne? Ja, jetzt geht es wieder. Oh ja. Uh. Nein, ich komme nicht hoch. Ich habe ihn umgehückt. Er ist wegexplodiert. Er ist ganz so hoch. Yes. Das war neulich mal beabsichtigt. BAM! Jetzt habe ich... Alter, der arme, alter Mann. Hat den du ihn schon platziert? Nicht aufzureißen. Soll sie doch. Ah ja, hat sie. Ja, aber ich hatte den Superlaser noch aktiviert. Okay, Leute. Es läuft schon mal gut. Ich fand es geil. Kommt du kurz an. Ich werfe ihn in den Tattel langs. Der fliegt direkt hinter den Dinger zurück. Ja, moin. Oh. Ist doch herrlich. Oh. Kommt du kurz 200 Punkte. Die hat er bloß bekommen, weil er gesch... Oh nee, auf Probe habe ich jetzt gar keine Lust. Nee, ich auch nicht, ne? Also ich überhaupt nicht. Ich höre wen. Ja. 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 Haben wir ihn schon mal 200 Punkte gemacht? Nein! Was hast du gemacht? Ich bin untergeräumt. Nein. 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 Dann komm, den schaffst du noch. Den schaffst du noch. Der sitzt alleine. Ich hab fast keinen... Ich hab keine Ausnahme mehr. Alter, wie viel Leben hat er? Wusste. Nicht mal viel, ein Viertel noch. Ja, easy. Also, musst du vorstellen. Leute, das war knapp. Ja, boba hat mich geblendet. dann hatte ich Angst an seinen Raketen abschießt bin ich deshalb gerollt und ganz knapp über die Ecke gerollt ja da sieht man mal wie inkompetent meine Mitspieler sind und dann muss man alleine gegen richtig zerstört du hast ja krass ich musste allein gegen zwei ja aber ich habe schon 200 schlagen gemacht also oh ja krass der boba ich kann auch fliegen und ich habe keine Schusswaffen gehabt und du hast Leer genommen? ja ich habe Leer genommen oh da kommen sie wo? ja Vorsicht die kommen von zwei Seiten ich werde drüben aaah au na ok bis ich alleine gegen sie nein genau da bin ich auch runtergeholzt genau ok hier werdens Ovi wir haben uns umzingelt das war unfair das war mega unfair vor allem für mich vor allem für mich weil ich konnte halt dann nichts mehr machen die stand dann bald sein die haben teil die probieren jetzt taktiken aus jetzt denken die zuschauer so alles klar wie dumm sind die dass wir dann auch nicht weg gegangen sind sondern einfach gewartet haben ich würde sagen wir gehen jetzt auf den baum okay gehen wir einfach in den baum rein da können wir nicht mehr unterrollen doch da gibt es auch ein schlund ja bin ich schon ein paar mal angefallen ja hier seitlich da ist zwar geländer alter wie behindert kann man denn geländer bauen das ist halt echt so spielen irgendwelche kinder wukis aber das sind wukigeländer wuki kinder sind auch ein bisschen größer ja aber die kann man trotzdem durchfallen schauen wie groß die hier sind ich so oh oh vor uns oh hi wir hätten euch auch auf christophsis drauchen können ja 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 ha 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 nein ich hab's gerettet hab ihn Pass auf, pass auf, pass auf. Au! Ich hab' mich geschlagen, ey! Schleck mich! Ich hab' sie geköpft! Sie hat mich geschlagen! Olli, sie rennt rein und du ziehst sie wieder raus! Sie fällt rein und du ziehst sie raus! Ich wollt' sie noch mal runterdrücken, dass sie definitiv reinfällt und du holst sie raus. Guck mal, wer der Beste war. Das gefällt mir schon besser, die Runde. Ich wollt' ja nicht, dass du so voller Scham stirbst. Ja, ja, voller Scham einfach runterrennt. Das ist der Wookie-Geländer. War ne ganz nette Runde. Oh, ich bin fast, glaube ich, 31. Ui, ich bin da über 50. Obwohl ich das Spiel eher gehabt hab' als du. Ja, du hast es halt irgendwie so ein paar Monate lang überhaupt nicht angehört. Ne, ich hab's halt nicht angehört. Ich hab das Spiel damals nur gekauft für Kampagne. Ja. Ja. Weil die Kampagne so gut war. Aber ein bisschen kurz. Ging, ich hab sie viermal durchgespielt. Ja. Ja. Ah, dunkle Seite. Endlich. Oh, erst mal mein... Oh, bist du schon drin? Ja, okay. Ich... Bei mir ist das jetzt so laut screen, auch statt Kuh. Weiß ich bin in so 20 Sekunden drin. Oder jetzt. Ja, oder jetzt. Alter, ich hab ein Tattoo über meine Haare für jetzt. Oh. Ich hab schicke Haare. Oi. Oi, 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 oi. Ah, willst du nächste Runde boba spielen? Äh, das ist mir nicht egal. Also bei dunkler Seite hab' ich viele hochgelevelt. Ja, okay, dann spielen wir jetzt Post Kylo, danach der Freider boba und dann, äh, Kanto. Und den... Ja. Aber wie hoch... Obwohl... Geht, ich hab sie höher gespielt als auf der hellen Seite. Außer mit Chewbacca, weil Chewbacca spiel ich immer. Mit den kann ich wirklich gut. Äh, jetzt haben die eben so aufs Treppe gemacht, dass das jetzt nicht mehr wollen. Irgendwas was dran. Ja, Greaves, mit Greaves kann ich auch nicht spielen. Nee, den hab ich noch hochlevelt. Fast mal hab' ich fast gar nicht gespielt. Aiden hab' ich ein bisschen gespielt. Das ist halt auch noch lustig. Damals gab's ja dieses Prinzip noch, wo man, ähm... die Starkarten nur durch diese, äh... Container bekommen kann. Dann hab' ich so ne Dreierkarte bekommen und die hab' ich immer noch. Obwohl ich's Aiden nur auf 7 hab'. Das heißt, ich kann die gar nicht bekommen. Diese Karte. So, komm, jetzt machen wir die richtig fertig und endlich. Das ist halt das Problem mit meiner Spitze. Dann wird ja keiner mehr gegen einen spielen. Vorhin in die Uhrzeit sind nicht mal richtige Schwitzer online. Da sind nur kleine Kiddies online. Hm. Hm. Da ist jeder Schwerd von Kylo und irgendwelche, äh, Zuckungen. Wer zuckt richtig, das Schwert. Ja. Aber eigentlich ist das ja gut, wenn er so... dass er hier so zwei Dinger, äh... an der Seite noch hat. Kannst du mit dem Gegner auch noch verletzen. Ja. Du bist auch noch recht am Stylish. Ist ja wirklich so. Also wenn ich damals ein Je, beziehungsweise ich würde lieber Sif sein, dann würde ich mir auch so ein Schwert holen. Vor allem, selbst wenn du kämpfst und das Schwert so ein bisschen was nach rechts neigst, dann kannst du ihm ja die Hand... anhand... ab... ...lasern schon fast. Wenn du, wenn du halt gut damit bist, kannst du irgendwie so bestimmt rumziehen, dann hat er auf einmal die Hand ab. Ja, oder so ein bisschen angeschrift, aber... Ja, ja, das ist aber auch ein Laser, ne? Das hast du auch nicht vergessen. Ja, aber schau mal an, wie kurz der ist. Ja, der ist kurz. Aber du, du weißt ja, so ein Jedi hat ja damals... Ein Jedi hat ja nur sich gelernt, sich zu verteidigen gegen jemanden, der nur ein Schwert hatte. Also mit einer Klinge dran. Und dann bist du... Und jetzt kommst du als Jedi gegen so ein Sith, der hat ein komisches Schwert. Und du bist so der einzige Sif, der so ein Schwert hat. Da musst du erstmal komplett umdenken. Der einzige, der jetzt eins hat. Hm, was? Der einzige, der jetzt eins hat. Früher gab's ja schon mal. Das sind so antike Schwerter. Also ein antikes Format von den Schwert. Von den... Oh, wie hießen die doch mal? Von der... Ich komm grad nicht auf den Namen davon. Von... Äh, Kylo Ren ja auch. Von diesen... Bestimmten... Diesen Ritter da. Wie hießen diese Ritter nochmal? Ritter von Ren. Genau. Ritter von Ren. Deswegen heißt der ja auch Kylo Ren. Äh, du knackst du mich ein bisschen. Ja, warte. So, immer noch? Äh, jetzt geht's ja. Oder? Oder? Geht man ein bisschen? Ja, hallo. Jetzt geht's ja. Jetzt will hier keiner kommen, ne? Jetzt habt ihr natürlich unnötige Wartezeit. Spult einfach mal so 10 Minuten vor. Das Video geht nur 20 Minuten, Oliver. Jaja, wie gesagt. Aber was meinst du, wer würde gewinnen? Kylo Ren oder Darth Vader, wenn die gegeneinander kämpfen würden? Darth Vader. Ah, ich bin mir da gar nicht mal so sicher. Ich bin's ja auch eher so ein Darth Vader-Fan. Aber... Schau dir mal an, wie knuffig das ist. Ja, ziemlich knorkener. Hm, mit seinen Schubs-Nasen. Ja, aber du hast vergessen, halt übelst unbeweglich da drin, ne? Ja, aber das würde so viel krasser. Ja, das ist richtig, ist krasser. Und war noch mal Kylo hat ja... Ja, gut, aber Kylo ist ja... Nachfrage davon. Von. Ja, aber der kann nix. Schau dir mal an. Arme, dünner ist dein Zugriff, ey. Ja, ich will nichts sagen, aber in welchem Teil war das? Zum Beispiel, er kämpft besser als Darth Vader im... Als er Darth Vader gegen Luke gekämpft hat. Hast du den... den Kampf gesehen? Da schlägt Luke dreimal auf den drauf, ist er tot. Ist er entwaffnet. Ja, 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 weil es auf Luke und Luke ist krass. Luke ist krass, ja. Kylo Ren versus Luke, wer gewinnt? Kylo Ren. Ne, 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 ne. Nein, weil ich... Ich bin kein heller Seite-Fan. Ne, 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 ne. Hallo, komm mal, welche kommen jetzt? Ich glaub, wir wurden zu krass eingestuft. Hm. Ne Spielsuche findet keinen Gegner für uns mehr. Finde ich nicht? Ja. Die haben alle Gegner schon getötet, oder was? Ja. Folgen wir sind, warum sind die gelebt? Die haben es doch einmal richtig fertig gemacht. Ja, eine einzige Runde haben sie es geschafft. Ja, eine Runde. Aber auch nur, weil ich mich runtergerollt habe. Sonst hätten wir es nicht geschafft. Ja, ja, zu zweit gegen Lea mit irgendwie... ...nach vorne mit AP. Ja, das hätten die nicht geschafft. Ich hätte mein Schild aktiviert und dann wären die da drin betäubt gewesen. Hätte ich die einfach alle umbringen können. Weil ich dann in diesen... in diesen... ...Schild dann so Betäubungsgas reingefüllt habe. Okay. Ja, ja, alles sehr logisch. Ich merk's. Ja, jetzt hallo. Hi. Das ist doch nicht wahr. Was wollte ich mal machen in der Zeit? Was denn? Ich mach mal kurz. So. So. Warte. Einer fehlt noch. Oh, der verdammt viele Kills. Der hat mehr als ich. Oh ja, der hat viele. Du hast null. Äh, es muss ja auch ein Mepführen gegen uns ankommen, weil... Sonst kann er ja alleine gegen uns kämpfen. Mhm. Ah, okay. Der hat genau... Okay, passt. Mir gehört Michael. Michael oder Michael. Und der ist Skywalker. Okay. Ja, der hat genauso viel Kills wie ich dann schaffe ich. Vielleicht. Ja, folgt mich bei dir ist das ein Unterstrich O und die Unterstrich Null. Ja. Die Anzahl der Leute, die ich getötet habe, ist umgekommen. Ja, die Anonym mussten. Ach ne, nicht diese Möcke, ich hasse sie. Ich mach die. Hier ist Sand. Ich hasse Sand. Und jetzt habe ich meinen Helm vergessen. Du bist nicht da weiter, Junge. Jetzt habe ich meinen Helm vergessen und wenn ich jetzt in den Sand renne, dann wird mein schönes Gesicht verkratzt. Bei dir von Schönheit kann man ja nicht mehr reden. Nein. Wo hast du denn hingeholt? Alter, wie sind die geflogen? Oh, ich hab's jetzt getroffen. Nein. Jetzt ist er weg. Na, als Schaden bekommen. Oh, oh. Da, aus der anderen Buchse kommt, äh, aus der Harnsolo. Wen spürt der? Ich hab keine Ahnung, wer spielt. Gehe ich. Ja, Junge, allah, leg dich nicht mit Kylo an, du Sack. Vorsicht, der wirf gleich seine Bombe. Ach, hier habe ich Steinfeuer. Alter, hallo? Was hast du gemacht? Ich hab da Mien hingeworfen. Ich wurde, ich hab, du hast mich fast getötet. Ja, ich mach dir keinen Schaden, damit der hat seine Detonatorlage geworfen. Ach so, der hat mir, ah ja, der hat mir seine Detonatorladung in die Mule geworfen. Ach, ich, äh, ich spür mal wieder ein paar Öpschen. Hab ich schon Level 20. Was? Das Dunkelpaar. Mhm. Das Dunkelpaar duro. Das sexy Pärchen. Aber, ich will nicht sagen, die Raserei wurde richtig krass, äh, hochgemacht. Also, OP gemacht. Du machst mit der Raserei halt so Damage, ne? Ups. Hab mich vertippt. Was hast du gemacht? Was war das für eine Explosion? Äh, es war so ein, äh, der lange Blütschlaf. Hahaha. Ja, ich hab immer so hoch. Ach, fast getroffen. Wir haben ein krasses Pärchen. Da ist er, da ist er, da ist er. Ich seh nix. Mein Sohn. Äh, nicht mein Sohn. Mein, mein Ich. Ich töte mich mit manchmal... Äh, mein Ich. Pass auf, pass auf. Oh, oh, oh. Auf. Er hat mich weggeschubstert. Ich würg ihn. Ja, nicht schock ihn. Ich bin tot. Er hat mich geschlagen. Was? Ich dachte, du schaffst den. Er hat mich ja geschlagen und ich bin tot. Ich seh nix, ey. Ich seh nix, ey. Ich seh nix, ey. Ja, das ist halt echt so. Er hat mich nur geschlagen. Au, nein, nein, nix da, nix da, nix da, nix da, aua, nix da, fuck ey. Sie haben mich nur einmal umgeworfen. Weißt du? Ich glaub ich hab auf mein Leben nicht geachtet. Okay. Okay. Der von meinem davon nach. Hey, was wieso ich halt noch mal? Dass wir beide voll spielen? Nee, ich spiele. Ich hab' ich zwar nicht so hoch gespielt, aber ich komme mit dem besser klar. Ah, okay. Da früher fällt mir zu langsam. Der schwebt. Ja, mit dem darfst du nicht runter springen. Da musst du runter bleiben. Das leidet so. Ich kann schweben. Oh nein, Chewbacca von Chewbacca hab' ich richtig Respekt. Wenn, äh, spielen die Chewbacca und? Äh, Luke. Okay, wir haben verloren. Ihr könnt nicht standhalten. Ey, die ganze Zeit, der ganze Sand geht in bestimmte meine Einzelteile rein und dann haben wir ein Problem. Naja, bei mir auch. Ah, da kann ich mich auch stecken hier auch nicht. Ah, nein, mein Kopf guckt, fast drüber. Oh, oh. Ich soll ich zu dir kommen? Äh, ne, bleib mal da, wo du bist. Ne, ich komm zu dir. Der darf uns halt nicht beigreizt, hat die Schocken. Dann sind wir tot. Nein. Nein, ich wollt grad meinen. Nein, er schockt. Nein, ich hab' ich verdrückt. Angriff, Angriff, Angriff. Ich hab' ich mal verdrückt. Weg. Ich bin tot. Kein Ding, ich hab' ihn. Er hat mich von hinten gemacht. So, ja, jetzt komm Luke. Jetzt komm zu Papa. Ich bin so schlecht. Seid gegrüßt. Nein, wirklich schlecht. Ups. Ich fühle das Gute, ey. Jetzt hört euch auf anzugucken. Ich finde ihren Mangel an Glauben beklagen. Ey, der kräft mich an. Alter, du sagst. Töte ihn doch einfach. Oh, er hat Nein gesagt. Halt. Ihr seid ebenso ungeschickt wie Töricht. Wo ist er jetzt? Da drüben ist er. Der ist gut, der da unter dir. Würgen. Hab' ich. Der hat fast keine Ausdauer mehr. Ja, ich hab' auch nicht. Okay, jetzt hab' ich wieder voll. Ja, aber jetzt hab' ich auch. Pass auf. Ich weiß nicht, was er vor hat. Wir versuchen zu überleben, so lange wie möglich. Ja, ich glaube, er versucht Zeit zu finden. Hauf ihn drauf und dann würgen. Au. Jetzt renn! Oh ne, schade nicht. Oh ne, schade nicht. Der ganze Sand, der schießt immer Sand in. Ey, ja. Der schießt immer Sand in meine Einzelseite. Ja, ich bin halt schlecht. Oh ne, schade nicht. Weil du mir da vorher geklaut hast. Mach' ihn doch jetzt mal kalt. Oh ey. Jetzt wirst du sterben. Ja, ich dachte du, er wird sterben, nicht du. Pass auf. Knapp. Töte ihn doch mal. Er hat Hälfte Leben. Ja ey, der ist schneller als ich. Ja, Junge, du hast Beine. Roboterbeine. Ich wiege aber auch total voll von ihm. Ja, trotzdem. Du läufst ja nicht selber. Au. Ha. Ma, Junge. Pass auf, sauber auf. Ja, ja, haben noch Wülpstein. Ach, mein Junge. Ja, wird doch ne längere Folge. Ach, mein Junge. Jetzt mach' ihn doch kalt. Jetzt pass' auf, pass' auf, pass' auf, pass' auf. Ja. Geköpft. Nein, ich hab' nicht mal fertig gebrochen. So, jetzt fühl' ich Maul, jetzt Ende. Jetzt ist... Ich hätt' einfach Maul spielen müssen. Was? Ich hab' mich einfach verdrückt. Hacking Move. Ich hab' mich einfach am Anfang verdrückt. Ich wollte da hinkrabbeln und nicht diesen Angriff machen. Oh nein. Ja, du kannst gute Karten haben. Ja, die... Meinst du? Ich weiß es nicht so ganz. Wo ist der zweite? Oh, da! Direkt da. Ja, er hat schon Hälfte Leben verloren. Oh. Fack, 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 fack. Luke ist tot. Wo ist der andere? Da vorne. So, beleidigt er mich jetzt noch mal. Ich hoffe's mal. Ich renne. Ich renne. Ich seh' nicht nicht. Ich tue so, als ob ich so ein Noob bin. Okay. Ich renne mal durch den hinterher. Okay. Ja, nicht versuchen den Weg abzuschneiden. Versuch ihn zu mir zu locken. Ich gehe bloß. Dann führ mich nicht. Ja, ja. Er ist vor mir aber irgendwo. Er verkriegt sich da unten. Komm mal zu mir einfach. Oh. Er ist hier drin. Ja. Wir sehen ihn halt so schlecht. Warte. Ich mach mal einen Scam. Ja, scheiße. Ich hab ihn nicht gekauft. Ah, scheiße. Ich hab ihn nicht gekauft. Jetzt würg ich den kleinen Mann. Oh nee ey. Hört das Maul. Das hat er geschrieben. Ich wünsche mir jetzt nicht den kleinen Mann. Habe ich schon getan. Ich habe ihn erwürgt. Oh, du hast deinen kleinen Mann gewürgt, wenn du ihn gewürgt... Ja, das stimmt nicht, Leute. Ja, okay. Dann verabschiede ich mich schon mal. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge, würde ich sagen. Am Donnerstag. Tschüss. Tschüss.